Du darfst Anmodi machen, aber mach es kurz. Wo bist du? Anmodi, schnell! Wo bist du? Okay, dann mache ich Anmodi. Hallo und herzlich willkommen zurück. Nein, ich mache Anmodi. Ich mache Anmodi. Ich bin schon mittendrin, also niemand macht Anmodi. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder live in Soguts. Winter war es Daniel. Hallo. Ja, okay, hallo. Ich erinnere mich noch, letztes Mal ist mein Spiel direkt dort abgeschmiert. Direkt dort, wo direkt ein Hai vor mir war. Und ich kann nicht fassen, dass ich noch lebe. Das ist Schicksal. Einfach dafür, dass ich noch lebe. Das ist... Ähm... Okay, ich schlafe unterm Baum. Ich schlafe unterm Baum, du schläfst unterm Regen. Okay, finde ich gut, also... Schlaf mal. Ich beobachte dich noch beim Schlafen. Was macht er jetzt so? Oh ja. Er schläft. Du hast dir halt so eine Waffe gemacht. Ja. Fertiger, ein Schwert aus Brettern und Stöcken. Heißt doch so, oder? Ja. Ich muss schon geredet, aber ja. Was soll das jetzt heißen? Willst du mich umbringen? Ja. Ich hab dich... Ich hab dich vorne zu... Ich hab dich letztens zurecht umgebracht. Also, ganz ruhig. Hast du mich umgebracht? Äh, nein. Ach so, das ist gut. Guck mal, ich hab Essen. Also, äh, kein Grund, mich umzubringen. Hier, du kriegst sogar noch das, was ich habe. Ja. Ist ganz lecker. Rauche. Ich nehm das nur, wenn man damit das so gut abschaffen kann. Mit dem Schwert, meinst du? Ja. Dann geht das auch mit Daniel. Mathe mit Daniel. Also, nicht vergessen... Guck mal. Das da sieht ziemlich fertig aus hier. Wo bist du hin? Das hier. Sieht ziemlich fertig aus. Das ist es aber noch nicht. Erst wenn es bis oben hin mit Bären voll ist. Ich hab ein Tutorial auf meinen Kanal gegeben. Weißt schon, Mathe mit Daniel. Äh. Ups. Ich hab... Ich... Alles gut. Aha. Bitch. Ich werd das eh nie mit zurückkommen. Hä? Hast du das abgerissen? Was? Nee. Das hier. Was? Du hast, glaub ich, noch eins im Momentar. Hier. Hier ist ne Lücke. Ich hab wirklich keins. Aber kann ich ne Reihe abbreiten? Da hab ich mehr Platz in meinem Haus. Du darfst mir jetzt gerne alles geben. Dankeschön. Aus Versehen. Okay. Danke. So. Wo macht man das jetzt am besten hin? Hast du noch Erde? Nein. Ich hab alles dafür ausgegeben. Ich hab nur 20% viel. Wow. So ne Unstattung. Okay. Und so baut er sein Haus. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich mein Haus bauen werde. Also ich baut es halt sehr, 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 sehr... Deliziös. Du baut es sehr deliziös. Man nennt es auch Strand. Strand. War das jetzt eine Enttäuschung? Aber ich bin ja von dir gewohnt. Okay, wenn du gleich so... Okay, wusste ich schon. Das bin ich schon gewohnt. Hast du noch Holz? Das Holz, das du hast. Ich brauche das mal kurz. Ich leih mir das nochmal aus. Ich baue das mal kurz ab. Danke schön. Schiss habe ich glaube ich nicht. Ach, du gibst es mir wirklich? Das ist aber nett. Ja, ich bin halt netter. Das wird reichen. Wenn du wüsstest, für was ich es verwenden würde. Das könnte dich leicht enttäuschen. Das magst du nicht. Ich gucke deine Folge eh nicht. Wie bedenkt man das für den Rucksack um? Ich habe ihn aus Versehen unbesandt. Ich weiss ja, ich bin zurück um. Wenn du sneakst und dann den Rucksack öffnest. Ah, neuer Name. Pink Fluffy. Pink Fluffy. Fluffy. Danke. Pick. Pick Fluffy. Ähm. Oh. Äh. Ach du Scheiße. Ist alles stehen geblieben. Irgendwann hat mich angeschrieben. Und erst als ich angeschrieben wurde, ist alles stehen geblieben. Das ist sehr toll. Ach, die haben mich angeschrieben. Ja, ganz toll. Ein Server, oder? Nein, ich will euren Merch nicht. Hat Pixel Studios Merch? Nein. Die haben doch so 10 abonnieren. Äh. Nein. Ich glaube sogar schon 30. Oder so. Jetzt lass sie doch mal in Ruhe. Die machen tolle Videos. Qualitativ. Qualitativ ist ziemlich gut. Süßkartoffel, süßkartoffel. Ich habe genug Schmerzen. Obwohl, warte. Ich habe keine Sense. Ich habe Essen. Ach, da ist noch was. Gibt mir fast eine zweite Sense lohnt. Oh, Harnecker. Ich habe das erste Mal Leder bekommen. Kuhschubse? Was soll das denn? Also, da kam so ein Huh angerannt und die ist in mich reingerannt. Ein Huhn? Und hat Leder geblieben. Und ein bisschen, ähm, hohes Rinderfleisch. Großrinder. Rinder. Ich, ja. Genau. Also, ich möchte euch nochmal zeigen. Hier. Das ist lecker karpender Treppe. Nein, nicht Treppe. Leiter. Jetzt. Sehen die so aus. Und das ist hübsch. Weil ich das sage. Woher wirst du es machen? Ne, nachher wirst du es woher. Brauchst du noch was Holz? Dann fahre ich noch was. Nein, passt. Ich habe eine Holzquelle gefunden. Du bist unnütig geworden. Mein Haus. Du wirst für mein Haus füllen. Passt schon. Ich habe eine Holzquelle. Ja, ich habe wieder Spaß. In meinem Treibsatz. Ja. Merkt man nicht. Ich habe auch Spaß in dem, was ich so habe. Ich habe immer nicht was ich so habe. Diese Pflanzen ja dauert. Ach ja. Ja. Die haben Platz. Was tust du ihnen nur an? Hier ist ein Bienenstock. Ich bin irgendwie zu fett. Geht nicht mehr. Passt, passt jetzt da nicht mehr rein. Ja. Oh. Nein. Ich hätte auch so ein Auer gemacht. Bin weiter mit zwei Bienenbülen. Egal. Nein. Mir ist das Holz ausgegangen. Nein, nein. Ich habe eine Holzquelle. Das hast du mir jetzt mit dem Haus halten. Ja. Ach Mann. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Ja. 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 Perfekt. Was passiert wird hier nach unten? Ähm. Äh. Äh. Ups. Okay. Alles gut. Boah. Ich dachte ich wäre jetzt so krasser krasser. Warum? Oh nein. Ich bin nicht krasser. Kommst du auf sowas? Ja. Fake News. Fake News? Oh Gott. Das erinnert mich an das. Aber das musst du sagen. Dauert noch ein bisschen bis das rauskommt, oder? Hier ist mein Promi-Flash. Der YouTuber-Influencer und Beatboxer zu Beatbox tritt seine treuen Fans. Okay. Ja. Du wirst geschlagen. Ein Zeuge berichtet, der hat mich getreten, nur weil ich gesagt habe, puff die Katze. Weißt du, du musst einmal, ey, falls du irgendwann auch mal zu uns kommst und dann siehst du sagst, puff die Katze und dann passiert was Besonderes, der kommt so an. Okay. Okay. Das mache ich. Typ, wenn du das siehst, freu dich schon. Der wird gemobbt. Ja. So ist das falsch. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee, dass das wird schick. Das mache ich jetzt. Ups. Weißt du, ich habe auf Instagram so eine kleine Art Bug. Wodurch ich ein Video, was er gelöscht hat, immer noch sehen kann. Interessant nicht. Also ich muss sagen, es war ein Kauf nehmen, dass einer meiner Accounts nicht mehr funktioniert. Das war dieser Katze-Account. Aber dafür kann ich ihn mobben. Und das machen gute Freunde. Ja so. Genau. Oha, was ist da? Ich habe eine geheime Höhle gefunden. Oder so. Ich habe wirklich was geheim... Oh, ich habe irgendwas ganz cooles Geheimnis gefunden. Äh. Ein Minenschacht. Ach, wenns du das ist. So unter Wasser, warte. Oh, das ist cool. Unter... Ah. Oh. Das ist gut. Äh. 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 Warte mal. Nein! Mein Haus bricht auseinander. Schönes Haus. Okay. Habs. Habs wieder hin, bitte. Ich habe Kreide in der Eisen. Du bist doch Kreide, oder? Ja. Wäre ganz nett. Ich baue mal Kreide. Kreide, 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 Kreide. Na, kann ich nicht mehr. Nichts jetzt rum. Aber ich baue ordentlich Eisen. Kann ich mal gucken, wie viel Eisen wir zu Hause haben? Dann guck ich mal zusammen. Ich habe 18 Inventar. 18 Inventar. Ja. Ja, ich habe einen Chat. Kannst sie gerne aber noch mehr holen. Die brauchen immer mehr. Oh Gott, nein. Warte. Oha. Ich mach grad den Move des Jamoves. Move des Jamoves. Ich sitze einfach bei den Spinnen. Wasser drüber. Ja. Move des Jamoves. Okay. Move des Jamoves. Nein, ich bin gauert. Schon wieder. Nein. So schlimm aber auch. Ja. Die werden alle sterben. Schlipp, 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 schlipp. Wenn du drauf gehst, lache ich irgendwie. Ja. Verzeih mir. Ich bin halt ein guter Freund. Ja. War ich schon immer. Was willst du hören? Was willst du tun? Ist mir egal. Ist mir egal. Warum nicht? Nein, ich will's nicht hören. Oh Gott, nein. Hör bloß auf. Wer kennt das nicht? Oh Gott. Ja. Das war damals richtig in. Ja. Oh nein. Oh nein. Ekelhaft. Ihhh. Das ist so. Oh Gott. Das war das Schlimmste. Schlimmste. Nein. Nein, es gibt Schlimmeres. Aber es war. Schlimm. Es gibt Schlimmste. Es gibt Schlimmste. Es gibt Schlimmste. Es gibt Schlimmste. Bitteschön. Ich freu mich wenn du so sagst. Ich hab jetzt blaue Flecken. Hab ich ja. Hm. Okay. Hm. 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 Kannst du die Namen rausschneiden? Nein. Ich weiß nicht, ob du wollen. Mach mal, ja? Ich weiß nicht, ob die hier wirklich erwähnten werden wollen. Typ schon. Dir müsste es egal. Aber die anderen rausschneiden. Dankeschön. Ähm. Du musst aber auch. Du da musst ähm. Du musst aber das dann auch bei dir rausschneiden. Ich weiß schon wie ich es mache. Ich mache einfach BEEP. So einen BEEP-Ton. Wenn du den verdammten Namen sagst. Ja. Da muss ich mich wieder... Am Ende heißt es. Warum hast du mir das dann getan? Ich wäre doch so gerne erwähnt worden. Abonniert meinen... Äh... Kanal. Chip. Hat der echt einen Kanal? Ja. Aber der hat ihn auf Privat gestehen, wenn wir ihn so verhofft haben. Genau. Ich hätte nichts mehr hoch und dann den neuen Kanal gegründet. Und den will er uns nicht sagen, wie der heißt. Aber ich weiß, wie der heißt. Wie heißt der denn? Kann ich nicht sagen. Ich will aber... Nein. Und später sind wir wieder... Dann muss ich wieder drei Stunden... Lachen. Okay. Okay. Ja, wenn das so ist... Warum hast du das nicht gleich gesagt? Stimmt. Oh, wir sind zwei nicht so netter. Nicht so nett? Dann bin ich auch nett zu denen. So. Hier erstmal den schönen Garten erweitert. Junge, ich finde einfach dein Alter. Willst du hier vielleicht mal ein Brot rein aufbauen? Das ist mein Haus. Lass mein Haus doch so wie es ist. Okay. Guck mal, ich habe hier einen Zaun gemacht. Da. Guck dir diesen schönen Muster an. Ist da... Winkelkreide. Ich habe 13 Kreide. Ja, warte. Ich benutze ganz zufällig gerade Kreide. Ja, deswegen. Oha. Was ist... Okay. Wo ist die Kreide? Ah, da. Irgendwo auf dem Feld wird sie schon... wieder. Aha. Okay, ja. Aha. Das ist geile Kisten da gab. Geile Kisten? Jetzt, demnächst beim Kromifeld. Hast du da noch rausgebracht? Nein, nein. Lass ihn. Ich brauche das doch. Geh doch nie auf Reisen. Ich pflanze lieber. Steckrübe. Brauchst du was zu essen? Kann dir gleich was richtig... Essen habe ich jetzt nicht so einen Mangel. Guck dir meinen Garten an. Stimmt. Was willst du tun? Was willst du tun? Lass mal kurz schlafen, bitte. Ich muss was am Tag machen. Geh bitte schlafen. Ich brauche dich nicht hören. Ich brauche dich nicht hören. Interessant. Gute Morgen allerseits. Ich bin schön ausgeschlafen. Wie sieht es bei euch aus? Nein. Nicht ausgeschlafen. Clara, in unserer Klasse. Ey, du böser Fisch. Ui, gut. Und du bist von einem Fisch gefressen. Was zur Hölle machst du da? Spaß haben. Ach, ich glaube, das ist Treibsand. Kann das sein? Ich glaube, du bist jetzt da. Nein. Wir sind hinter mir so ein Krepper. Das war jetzt wirklich unnötig. Das hätte man einfach rauspatschen. Einfach nicht reinpatschen müssen. Mann. Ich habe dich in dem Moment einfach so was von beobachtet. Einfach gestalkt. Nein. In diesem Moment sollte ich einfach verschwinden können, aber ich bin so blöd, einen Berg hoch zu gehen. Ich habe über einen Stack Pfaden. Krepperchen. Ja, verpiss ich. Tu dir mal ganz viel so pflanzen, wie es das zurück soll, deinen Chest zu kriegen. Nein, nicht meinen Arm. Chest, hör auf. Die Last ist sie noch voll. Das ist jetzt ein Slot. Oh. Das war sehr effektiv, was ich gerade gemacht habe. Warte, habe ich nicht hier noch was drin? Ja, sonst ob es sieht ja... Ach man, ich will... Ich brauche einen Lave einmal. Eichenlaub. Ich wollte so eine Cobblestone-Farm machen. Cobblestone-Farm. Aber... Selbst das kriege ich nicht mehr. Ja, ähm... Jetzt hast du Nopsidian. Ist doch auch was drin. Nopsidian-Block ist auch rot. Okay, Gerste. Gerste kann man glaube ich nicht roh essen. Bitte lass mich die Gerste essen. Ich kann... Ich habe einfach mal rohe Gerste gegessen. Als würde ich rohe Weizen essen. Leckerfallen. Algensamen können weg. Sind unnütz. Können... Kann... Kann weg. Auch weg. Auch weg. Das behalte ich auf jeden Fall. Den Apfel fress ich. Ach man, wieso kann man das nur 16 machen? Das ist voll blöd. Und den Rest... Wenn ich jetzt mal... Ja, ja, ja... Ich kann auch nicht vergessen, dass das ein Backpack ist. Du dir mal was essen rein. Soll ich dir... noch ein Backpack machen? Ich glaube ich komme erst mal ganz gut damit zurecht. Okay. Ziemlich viel Platz, oder? Obwohl kann man da nicht noch eine zweite Leiste rein tun? Äh... Meinst du, dass es mehr als eine Leiste gibt? Mhm. Nicht möglich. Ja, dann kannst du mir vielleicht einen zweiten machen. Mhm. Du hast jetzt 32 Leder. Was? 32 Leder. Oh, okay. AHHHHH! Plötzlich steht da ein Gräber vor mir. Du Drecksfies. Zum Glück noch schnell so nur gesehen. So geht man mit seinen Zuschauern um. Mhm. Ich glaube ich baue noch ein bisschen hier unsere Basis an. Ja. Deine Basis? Ja. Die Basis anderer Leute. Geht euch nichts anderes zu machen. AHHHHH! Wo zur Hölle kommen die ganzen Gräber her? Ja. Meine Güte! Ich bin besser in Water-Emergies. Mann! Boah, letztes Mal war das echt der Kampf des Kampfes. Ey, überall sind scheiß Gräber und springen nicht in die Luft. Voll Unehre. Mann, ey. Ein Like. Ein Mitleid. Ja, bitte. Bitte. Ach nee, jetzt habe ich... Dank dir bekomme ich jetzt ganz viele Dislikes auf die Videos. Dankeschön. Bitte schön. Ich hasse dich auch. Abonnieren, Glocke, aktivieren. Ja, jetzt tun sie es eh nicht mehr. Was erwartest du? Oh! Kakao Schaf! Ich habe einen Kakao. Och, nein. Ich habe braune Wolle. Achso, ja. Ich habe Kakao Schaf gefunden. Wow! Ja, schön, dass du dich auch freust. Ich wusste, dass du dich freust. Stehst mir immer bei, mein treuer Freund. Hilfe! Ich sterbe! Kammer. Was ist denn der düppste Tut denn? Nein! 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 Ja, du nein! Ich habe zwei Gravel-Blocken über mir gekraben. Weil ich die abkrabben wollte. Okay, jetzt habe ich schon mal einen Titel. Äh, die düppste Tut in Minecraft. Ey, ey. Ich bin gar nicht. Entschuldigung. Es ist gerade 0-0. Ach komm, lass mich in Ruhe. Du trägst Haie. Äh, lieber Haie. Lieber Haie. Ja, der liebe, liebe Haie. Liebe Lix. Hast du was gegen Haie? Hast du was gegen Haie? Ja, immer. Nein. Okay, du dachtest schon. Das sieht doch gut aus für eine erste Wohnung, oder nicht? Ja. Äh, was soll gut aussehen für was? Was? Nichts. Oh, da ist noch was. Das ist doch ein schöner Anblick. Ich kenne wen, der ist ja schon lange. Ich kenne eine. Die sieht schön aus. Interessant. Äh, ich verrecke. Ich sollte nicht so lange im Wasser sein. Ich bringe Jokies lieber nicht. Der wäre irgendwie ein bisschen seltsam. Ich schlage das aus. Was zur Hölle ist das für eine Tür? Du, ich... Ich möchte ja nichts gegen dein Haus sagen, aber ich glaube, ich sag mal was gegen dein Haus. Dein Haus... Ist schön. Äh, Aua? Hilfe ist auernd gerade, ein bisschen. Und wo bist du hin? Äh, ich dachte grad, du wärst so ein Wal. Das soll ein Kompliment sein. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Dich... Wie zur Hölle bist du denn da hinten gestorben? Kannst du mir das mal sagen? Wo ist denn da rein? Oh, da war ein Gutsch. Da... Da ist... Glaub ich ein Rochen dort, wo du gestorben bist. Der Rochen begattet dein Grab. Jetzt kommt Nigel. Was macht Nigel? Ich bin... Ich bin Gotti. Biene und Rochen. Beste Mischung. Ich freu mich schon aufs behinderte Kind. Ähm. Fly me to the moon. Copyright 2. Geht von mir. Oha. Guck mal. Nein. Der... Der betrüht mich. Ey. Alter. Das geht nicht. Äh. Die Geräusche passen grad so. Da ist so ein Wal unter uns im Haus. Und der macht die ganze Zeit... Ooooooh. Hilfe. Ich werd's... Ooooooh. Nein. Ich will nicht viel gauert werden. Nein. Du meinst kein Mensch. Ich kann nicht rumzucken. Die Scherbe. Der... Der Wal macht glaub ich dein Haus grad etwas kaputt. Und... Mein PC... Mein... Mein... Mein PC hat er grad auch geschrottet. Ist grad alles stehen geblieben. Danke Wal. Ähm. Oha. Wal ich komme. Was passiert jetzt? Wenn du den Wal tötest bekommst du 16... Fische. Oder auch nur 12. Nicht dass ich's ausprobiert hätte. Das wär schlimm... Hallo? Es ist... Trotzdem noch alles stehen geblieben. Also äh... In der Aufnahme... Ist das wahrscheinlich immer nur... Ist das bloß stehen geblieben. Bei mir ist das jetzt ein weißer Bildschirm und... Und... So ein... Lade... Das... Der Hai greift dich einfach nicht an. Der schwimmt lieber durch dich durch. Hallo? Hallo? Ey, was ist das? Ich... Fühl mich grad irgendwo... Ich kann nicht mal mehr meine Maus bewegen. Hallo? Ne Biene! Hä? Hä? Der Fisch sieht aus wie ne Biene. Okay, in dem Fall muss ich einfach mal mein Minecraft schließen. Ich... Jetzt wird das...